Mit was für ne Eleganz? Hmmmm Kenn ich von dir nicht Warte mal ich muss ja eben was gucken Warte Wheelie Was denn? Guck mal oben Was? Die weibliche Person die da drin ist Ja Seid eben aber erst Ja Von Tobi Hm? Von Tobi natürlich Ja ja So Drinnen Hm Hm Ich hab wohl nie ein Pistol hab ich ernannt Ist halt einer schon wieder dasselbe gesammelt Ach das sind diese schwarze punkte Not steuern Ja Ja hier können wir warten Hm Okay Hier ist aber nichts Okay Haben noch keine Reiseziele Nein noch nicht Ah Wie lange hatten wir noch? Hm Wie lange hatten wir noch? Hm Wie lange hatten wir noch? Hm Lass mich nicht im Stich Bitte lass mich nicht im Stich Bitte lass mich nicht im Stich Machst du einen Aber ich wollte auch nicht dass mich meine Freundin auf dem Mond sitzen lässt ohne Essen und scharf wie eine Rasierklinge Das Leben besteht aus Kompromissen Ehrlich Was denn? Ich schaffe Wie eine Rasierklinge Ja klar Rüstungsfertigung Jawoll Ey der macht random alles Rüstungsfertigung erhöht Concordia Schwarzmarkt schien zu sein Jetzt sind wir wohl in der Stadt Update Jetzt sind wir wohl in der Stadt Oh zweierschuss hab ich gar keinen bock drauf Aber ist ne Missionswaffe Warum haben wir die noch? Wahrscheinlich können wir die gleich irgendwie loswerden oder so Keine Ahnung Hm Schlimm so lange Weiß es nicht Schlimm so lange die hier Ach ja Ich hab Bock auf die hier Ja Hi Hey Kein schuld weiter Lörfchen Gib ihm deine Papiere Und zwar schnell Hop Hop Ist das dein verdammter Ernst? Das ist ein Verstoß gegen das Interstellare der Ballenburg Hallo ich bin auch ein Das gibt eine Verwarnung Gib her Verdammter Scheiße Oh du kriegst gleich noch eine Ich liebe Regeln Sie geben mir kaum mit Sonst gibt's die dritte Verwarnung Geht nicht Geht nicht Ich bin schneller als du Du Das ist Concordia Der mächtigste Weltraumhafen auf Ampys Schade dass du Oder der Zielverwarnung Nur von einer Quelle aussehen wirst Ne Oh ich will hier rein Hallo Geht mal rein Das geht nicht Das geht nicht Drück immer falsch Ehrlich Bitte machs jetzt Oh ich dachte die schiebt die Hand hinten rein Warum renntest du weiter? Weil du am Looten bist Siehst du an so'n Ding wo du verkaufen kannst Ich bin nix beim Looten Sie ist jetzt der Doktor Kommt da Arschgewei Ach beide rein Hm? Komm kuscheln Nötzele Ich will aber nicht rein Ich bin nicht kontaminiert Koch Komm in Klinik dumme Lapuschka Hey Schwester Nina Du brauchst Medizin Du kommst zu mir Aber nur wenn er Schwester Nina hasst große Babys Außer der echte Babys Außer der echte Babys Ben 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 Du verletzt Hier Nehmen Dann geben Gut Du wörter Wenn wieder verletzt Du brauchst Arznei an Automat Du gesund Gär Aber noch größer ging die eben nicht Ne Ne Hallo Da Oh Ah Monitern Oh Meins Was hast du denn gekauft? Nix Ja Granatending oder was? Meins Mach doch Hast du jetzt alles? Kannst du jetzt noch was verkaufen? Ich hab da auch nicht mehr so viel Ich hab da auch nicht mehr so viel Hier ist auch noch mal ein besserer Granatenteil wahrscheinlich für dich Wir sind schon Luft Booms da Booms sie Für Luft Achso ja Drei Minuten noch In der Luft Wenn sich selbst Düreriff Wie ein Bürgermeister und Scheriker Oh Völlig bescheuert Aber er könnte wissen wie wir das Signal finden Der Typ bezieht immer noch eine fette Betriebsrente von Hyperion Von meiner Abteilung Von meiner Abteilung Ne, da will ich nicht hin Ich such so ein Ding Was denn? Ein Schwanzmarkthändler Ein Schwanzmarkthändler Haben wir noch? Oh Haben der ich schon? Oh ne, da will ich nicht rein Da ist Mission oder? Ja, der benutzt den Aufzug Hast du ihn gefunden? Ne Mann bist du schlecht Ne Ne Komm hallo Oh Waffen Guck mal wer hier ist Hier sind Waffen Ja, guck mal wer hier ist Wo ich bin Lilith ist hier Ronald ist auch da Für nur Geld Komm hoch Na wer da drüben ist Da Warne nicht Spiel Automaten Hätte ich auch schon gesehen Spielen Einmal Runde spielen Das ist nämlich eh gleich um Ich brauch gleich ne Waffe Ich risch ne Money Money, 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 Money It's the Money Na, fast Ah! Humpel Ich tue wieder die gleiche Scheiße Ich tue wieder die gleiche Scheiße Oh nein Was gibt's jetzt? Ah, Kettensäge Ah Komm mal rum Schaufelte Komm mal rum Ja, immer Nein, Bombe Mann, Mann, Mann Ich hab gleich keine Kohle mehr Ich hab noch Mäh, mäh, mäh Und keine Kohle mehr Ich hab noch 1400 Oh Dann soll ich wieder was Einmal noch spielen Ich wollt kleine Hunden gucken Kannst du dir nicht leisten Oh, guck mal Zwei Dinger Kann ich mir immer noch nicht leisten Wie teuer ist die Scheiße eigentlich? 85 Boah So, aber jetzt? Jetzt kann ich's mir wieder leisten Weil ich kann sein Geld verdienen Und du daneben stehst Ja Mäh, mäh, mäh Und ich krieg immer Waffen Frechheit Kann ja nachts Na ja Findest du auch alles frech Ja Ja Jo, ihr kriegt immer Weißt du, spiech erstmal bei deinem Automaten Krieg ich direkt ne Waffe Ja Ne, verarscht mich doch Hast du Lilith schon gesehen? Ja Nö Da oben auf der Tanzfläche Da ist sie Und Ronald Hallo Hier müssen wir sagen Na warte Ich will Runde geht's auch noch Oh, ne Wo habt ihr? Ne Aber ich würd sagen Damit beenden wir hier die Aufnahme Und bis zum nächsten Mal bei Borderlands Free Sequel Sequel Bye Bye Ciao 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 Vielen Dank.